Na, nichts für deine Kindergarten. So, zweifelter Viertelfinale Teilnehmer in der EM und zweifelter Viertelfinale Teilnehmer in der WM. Also wissen wir, wo wir heute rausfliegen? Ähm, Russland. Ja, wahrscheinlich kümmern wir auch, wenn wir uns zu zweit sind. 1 von der Kühlegeräusche. Huע, wirklich kümmerlich! Haye. Schön. Das ist ein richtiges Aufmerksamkeit.